Moin. Die Stadt Mannheim hat uns vor ein paar Tagen angeschrieben, ob wir Interesse hätten, mit ihr ein Kochprogramm zu gestalten. Um die Menschen aus Mannheim und natürlich auch all unsere ZuschauerInnen in der derzeitigen Situation wenigstens virtuell zusammenzubringen. Wir kennen es ja im Moment alle. Man sitzt zu Hause, hat womöglich die Badezimmerfliesen bereits mit der Zahnbürste gereinigt und weiß einfach nicht mehr, was man tun soll. Wir haben da einen Vorschlag. Tauscht die Zahnbürste doch einfach gegen ein Kochmesser und geht natürlich in die Küche, ist doch klar. Der Plan ist einfach. Wir kochen ab dem 7. April jetzt jeden Dienstag um 18 Uhr live mit euch. Das heißt, jede Mannheimerin, jeder Mannheimer und natürlich auch jede und jeder aus unserer Community muss am Dienstag um 18 Uhr nicht mehr allein kochen. Und somit können wir uns in dieser Zeit des Zuhausebleibens trotzdem verbunden fühlen. Chris kocht alles Step by Step vor, er gibt euch Tipps und wir gehen dabei natürlich auf all eure Fragen ein und plaudern ein wenig mit euch. Dafür brauchen wir allerdings eure Hilfe. Schreibt uns eure Rezeptvorschläge zu schnellen, einfachen Gerichten in die Kommentare, per Mail, über Instagram, Twitter, Post. Ganz egal. Wir sind überall erreichbar. Alle Kontaktdaten findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Das erste Gericht haben wir jetzt ausgewählt. Und die Zutatenliste dafür findet ihr auch schon in der Beschreibung. Also schaut doch direkt mal nach, ob ihr vielleicht schon alles daheim habt. Alle Zutatenlisten der folgenden Episoden werden immer freitags auf all unseren Kanälen veröffentlicht, damit ihr auch genug Zeit habt, alles dafür zu besorgen. Wir achten in unserer Auswahl natürlich darauf, dass ihr auch alle Zutaten im normalen Supermarkt bekommen könnt. Wir hoffen, dass euch die Idee genauso gut gefällt wie uns und freuen uns auf die erste Session des Corona-Live-Kochens mit euch. Liebe Grüße aus Mannheim, nach Mannheim und in die ganze Welt. Chris und Marie Grüße aus Mannheim Maher Paula Vielen Dank.